hallo liebe ich bin jetzt nach einer woche wieder mal im schulzimmer zum vorbereiten ich habe unterrichtsfreizeit das heißt ich sollte mache vorbereiten dann war ich da in meinem schulzimmer und habe gesehen dass da die ganze technik installiert wurde müssen wir schauen das sieht fancy aus du alles voll und ich gönnte mir neue lehrmittel und zwar das neueste vom neuen das lmvz deutsch 7 ist genau in diesem jahr herausgekommen 8 und 9 komm nächstes übernächstes jahr aus ich versuche neue lehrmittel weil online die ganze schule wird jetzt online und das heißt alle haben ihre ipads dabei beziehungsweise convertible pads und das hat jetzt coole online sachen drauf für das für das lmvz 7 deutsch und von dem her suchen wir es aus suche ich es aus ich finde schon recht cool was so alles machbar ist für die schüler schülerinnen weil deutsch ist immer so ein fach wo man oftmals ein hassfach weil man halt nicht gut schreiben oder lesen kann und das hilft eigentlich schon recht gut damit man sich eigentlich gut fühlen kann beim deutsch in diesem sinne wünsche ich habe noch einen schönen sonntag bei bei